Als Paddington im Gefängnis ankommt, ist es ein sehr kalter, eintöniger Ort. Es fühlt sich an wie ein riesiges, karriges Armenhaus. Okay, Wäsche. Oh, ist doch nur eine einzelne rote Socke. Was soll da schon groß passieren? Mit dem Rosa wird der Laden hier etwas freundlicher. Paddington, wie er halt so ist, schafft es, diesen eher grauen Ort in eine farbenfrohe, opulente Teestube zu verwandeln. Der alltägliche Haferschleim wird durch großartige Marmeladensandwiches ersetzt. Im Film sieht man nicht nur, was er aus seiner Nachbarschaft Windsor Gardens gemacht hat, sondern auch, wie Paddingtons Gutmütigkeit, Charme und Enthusiasmus die Welt um ihn herum verändert. Paddington 2. Jetzt auf Blu-ray und DVD.